So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun, da wir die Medikamenten aus Meckhorn oder Mecken oder wie immer dich das heißt, geholt haben, die arme Frau abgeknallt haben, damit sie nicht zerfleischt wird, sind wir wieder in unserem Lager. Die Lilly ist stinkig wie eine Sau. Ich will jetzt mit der Clem reden, danach da oben mit der. Hi Clem. Alles fresh? Hey Lee. Jo, servus. Was macht's denn da Schönes? Es ist eine Leifrubbung. My teacher Miss Moore showed us how to do them when we went to the Botanical Garden ones. See, it's the same. Aha. Habe ich eine Grundschule auch schon gemacht. Wer kennt's noch? Do you like it here? I don't like it here. Do you want to leave? Where are we going? Somewhere else. I don't know. Maybe if I knew where? Ja. That would be a good thing to know. I'll talk to you later, Clem. Okay. Das wäre echt gut. Wenn wir wissen wo, ne? Und so weiter. So, sollen wir dahinter zum... Sounds like Kenny actually has that thing running. I'll believe it when I see it. Sure. So. Alter, was ist denn das hier? Ist ja voll ab. Ist da hinten was? Ist da hinten was? Nö, schade. Warum kann ich eigentlich nicht rennen? Das ist doch echt stressig. Rennen würde doch richtig viel Fun machen hier. Da oben ist er. Du, schon was gesehen. Hey Ben. What's up, Lee? Have you seen anything weird on the heart? Is there anybody out there up to anything? Nope. Really quiet. Really? Yeah, totally. Which is good. Ja, es ist... Gar nicht... So. Schlecht. Aber... Warum macht es die Angst? So. So. Was, die ist doch ganz, ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Die macht doch gar nichts. Die ist doch total relaxed, ungemütlich. Ja. Ja, ja, ja. Talk to you later, Ben. Bye. Ja. Tschüss. Hey, you two. How are you doing? We're okay. Just having a little spat. We all carry guns now and... I don't like it. It's the way it's gotta be. I know, but I'm not getting used to it. I'm sorry. How are you, Lee? Oh, man. Stößt. Und... Hand ist Bock. Allerger jetzt in 3. Und das ist doch gut. Genau. Das ist natürlich eine gute Frage. Ich meine, wenn man den Schädel einschlägt, ne? Dann kann das Mars ein bisschen für eine gewisse kleine Krise sorgen. Da kann man nichts dran rütteln. Auch wenn man es noch so versucht. Gut, dann gehen wir mal da oben zu der Alten. Du weißt, was die es da besprechen will. Vielleicht hat sie auch nur Bock mal kurz. Ne? Knick, knack. Nein. Ähm... Oh, nicht noch nicht. Ich werde. Was ich wollte sagen, war, dass ich viel zu denken, um dich zu denken. Uh-huh. Was ist das? Du bist ein Verkaufelter. Carly? Jesus! Und ich denke, dass die Leute wissen müssen. Nicht weil sie es verdient, und nicht weil du ein schlechtes Mann bist. Ich denke, das Gegenteil von diesen beiden Dingen. Die Leute müssen wissen, weil wir hier stehen. Und ich kann nicht sehen Lilly sprechen über dich ohne zu denken, dass es die nächste Sache, die sie sagen wird. Du musst nicht erzählen allen, aber denkst du an, wer du glaubst, und du hast die Möglichkeit, während du sie hast. Oh man, na gut, vielleicht hat es recht, ich weiß es. Halt auch nicht. Es ist... Äh... 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 Ich lasse die Leute lernen. Total recht. Gut. Ich denke, es ist für das Beste. Ich glaube es nicht. Naja... Äh... Äh... Ich zeige mir ein Bad mit einem heißen Boden und einem High-Rise-Apartment und hande mir ein voll-bodiedes Malbecke und dann fühle ich mich sicher. Äh... Ich weiß nicht, dieses Ort ist gut, aber wir alle wissen, dass es sich verändert hat. Äh... Leute, nur mal so nebenbei, ne? Ähm... Ich hab mal jemanden abgeknallt, ne? Oder erschlagen, oder was auch immer. Das ist gar nicht mal so. Es ist gar nicht mal so. Simbel, den mitzuteilen. Jetzt ist es nicht so, wie einer von ihnen. Aber jeder ist anders. Wer weiß, wie jede Person würde es nehmen, du weißt? vielleicht ist es wert, zu denken, wer du erzählst. Äh... Hast du... Äh... 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 Ich bin entsinade. Du musst dich nicht entsinniere. Du kommst hier, oder du musst mich kürzen, oder du musst mich kürzen? Ich wollte, über die du gesagt hast, über die Verkaufelungen. Du weiß, was gehts nicht? Ich weiß nicht. du sagst es nicht. Es ist ein Problem, und ich kann die Hilfe nutzen. Es ist ein Traitor, jemand, einer von uns, da draußen. Er oder sie oder sie haben Dinge genommen. Gut. Ich weiß es einfach. Ja, so war das genau so. So war es auch damals. Die sind ins Zimmer kommen. Die Kugel hat da gehockt. Der andere Flut überströmt am Boden gelegt und zack. Oh, zack, ich weiß, du warst bestimmt. Und vielleicht. Ja, 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 dass ich mich umgucke, ne? Äh, klotzi klotzi. Ach Gott. Ja. Nimm uns nebenbei, ich bin ein Mörder. Ja. Ach, scheiße. Headstock. Junge. Was ist denn ein Mündel? Ich weiß, wer es ist. Äh. Okay, komm. Okay, du bist Robin. Ja. Bisschen spielen mit nem schwachsinnigen Bub. Aber was soll's, ne? Wer muss heute auch gucken, nur damit die Kinder bei Laune gehalten werden. Das ist echt stressig. Ey, Mann, diese Scheiße hier. Irgendwie bin ich ganz schön müde. Lieg vielleicht dran, dass es erst... Erst 20 vor 12 ist. Na gut, ist eigentlich doch schon ziemlich spät. Duck wird helfen. Schön. Warum kann ich noch nicht dran vorbeilaufen? Wollen wir mich alle verarschen? Arschen. Äh. Da, ein Wachmann, der wird was krieren. War das du? Nein. Du bist nicht in Ordnung, wenn es war. Ich weiß, dass du nervös bist und vielleicht gehst du raus, um ins Bett zu gehen. Es verarscht, wurde Angst und es verarscht. Was ist mit dem 3. Degree? Ich habe keine Flaschleife. Okay, dann. Okay. Na dann. Wenn's nicht das ist. Sag mal, leben eigentlich nicht noch mehr Leute außer uns paar da hier. Wollen wir das alle verarschen. Komm, lass uns ein bisschen Müll rumschnüffeln. Oh, da ist was. Da ist was auf dem BAM. Glasscherbe. Juhu. Und ein komisches X. Schauke. Schauke. Hmm. Doc. A clue. Maybe. What do you think it is? Doc. I don't think it's anything. Maybe it's a sign. Ja, mit Kreide muss man wächter. Die Clem-Frage, ja. Aber, es kann nicht sein, dass die Clem so eine Scheiße hier macht. Ja, fragen, ob sie rosa Kreide hat, oder ob sie vielleicht verloren gegangen ist, ganz zufällig. Man weiß das ja nicht. Ja, war mir doch irgendwie klar. Voll abgewürgt. Gut, ich sag. So. Lass mal kicken. Und jetzt, das alles oder was? Ah, da unten. Was? Was ist das da drüben, Scheiß? Du bleibst hier diese Zeit. Sehr ehrlich. Okay. Ja, draußen gehe ich besser alleine. Und dann habe ich eine Knarre. Dann gehe das. Jetzt geht er wieder rein. Ich glaube es nicht. Ja, auf! Lass das Ding auf. Du musst du wieder raus. Ich habe nur gedacht, ich könnte es da einfach wieder zuschieben, weil, also erst wenn ich rausgehe, und die Tür auflassen, ist immer total scheiße, oder? Der echte, größte Rotz. So, was haben wir denn hier alles? Ja, warum bloß? Die werden irgendeinen Scheiß planen, oder so? Irgendwas ganz, ganz fieses haben die bestimmt vor. Okay. Äh, what? Was? Magistüt, oder was? Das Medikamente? Waren das Medikamente? Äh, ja. Das ist natürlich nicht so geil. Ich habe dich auch gern. Ach, du Scheiße. Das ist natürlich gut. Jetzt muss ich sie wieder zulabbern. Aber immer locker bleibe, Jungs. Dürfen wir mal die Geißeln befreien, aber das Ganze erst in den nächsten Vorgängen. Bis dahin, macht's gut und haut rein.